Jo, Mahlzeit, Leute! Hier kommt der zweite Teil vom Untergrund-Zempler raus. Der erste Zempler war ja schon mal der Oberhammer. Schönen Gruß erstmal an alle Mitwirkende. Vor allem an Warside und Killer1. Wunderbare Dinge. Ich weiß, ihr habt viel Arbeit drin gesteckt. Mit den ganzen Drumherum und alles. Mit die Leute schreiben etc. Also, finde ich top. Weiter so. Wie gesagt, also, unterstützt den Untergrund weiter. Wir sind auf eure Unterstützung angewiesen, wisst ihr ja? Die haben da nicht so viel wie die ganzen Bonzen da alle. Oh, bis dahin. 11.13.11. Helge wünscht euch heute, Leute.